Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos ist Geschichte. 2,4 Milliarden Euro wurden in diesem Jahr ausgezahlt. Damit die E-Mobilität vorankommt, fordern Kritiker von den Herstellern günstigere Autos. Die Ampel-Koalition hat ihren Plan, die staatliche Kaufprämie für Elektroautos früher auslaufen zu lassen, durchgezogen. Seit Montag können Verbraucherinnen und Verbraucher keine neuen Anträge für den Umweltbonus mehr beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA, stellen. Bereits zugesagte Förderungen sind nicht betroffen. Sie werden nun in der Reihenfolge ihres Eingangs abgearbeitet und anschließend ausgezahlt. Die meisten Anträge für E-Up von Volkswagen Um die Nachfrage zu stärken und den Absatz von E-Autos anzukurbeln, hatte die frühere Bundesregierung 2016 eine Kaufprämie beschlossen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums wurden seitdem etwa 10 Milliarden Euro für rund 2,1 Millionen Fahrzeuge bewilligt. Das Förderprogramm sei sehr erfolgreich gewesen und habe die Elektromobilität in Deutschland entscheidend vorangebracht, hieß es in einer Mitteilung. Zum 1. Dezember hatte das BAFA noch eine Zwischenbilanz zum Umweltbonus aufgestellt. Darin wurde unter anderem berechnet, für welche Modelle die Förderung beantragt wurde. Auf Platz 1 steht mit rund 59.500 Anträgen der Kleinwagen E-Up von Volkswagen, der seit kurzem nicht mehr verkauft wird. Dahinter folgen das Model 3 2.021 von Tesla, 40.800 Anträge und der Smart EQ Fortwo Modell 2017 BR 453 mit 35.700 Anträgen. Die Top 5 vervollständigen das Tesla Model Y 2023 Europe, das Tesla Model Y 2022 und der Volkswagen ID.3 Pro Performance 150 kW e113 MJ. Die Top 5 verhaftet. Untertitelung des ZDF, 2020